Das ist aber ganz ehrlich, wenn das alles hart gezeichnete Dinge ist, dann haben wir am liebsten mal mit dem KPI reintritt und generiert lassen. Das ist auch schon zu eigenermaßen. Live aus München, das Sportquiz an der Erleitungsbassa. Wir sind wieder da. Am Montag können wir YouTube-Studio live streamen. Wir sind wieder da. 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 Dienst deiner Wahl bevor Google Podcast am 30. August 2024 eingestellt. Wir sind wieder da. 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 Wir sind wieder da.